Ich begrüße ganz herzlich heute Vormittag zu Gast Professor Andreas Milchhalsen. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Sie stammen aus Ravensburg. Seit elf Jahren sind Sie Chefarzt für Naturheilkunde am Berliner Immanuel Krankenhaus und forschen im Zentrum für Naturheilkunde an der Berliner Charité, beziehungsweise das Zentrum ist im Immanuel Krankenhaus. Und wenn wir Charité im Ohr haben, da denken wir natürlich an die Nachrichten der vergangenen Woche. Der Kreml-Kritiker Alexander Nawalny, vermutlich vergiftet bei Ihnen in der Charité. Haben Sie aktuelle Informationen dazu? Nein, das ist alles zu früh, um da Informationen zu geben, die dann wirklich auch tragend sind. Aber das wird sich im Laufe der Zeit alles klären. Wobei es ja erste ausgewertete klinische Gutachten gibt und danach ist wohl eine Vergiftung bestätigt. Genau. Man kann natürlich ärztlicherseits anhand von Symptomen, von Befundkonstellationen Rückschlüsse ziehen und dann das so zuspitzen, dass man sagt, es kommt eigentlich fast keine andere Ursache in Frage. Eine andere Sache ist natürlich, das dann aber so zu untermauern, dass man auch wirklich eine belastbare Aussage machen kann. Und da wartet man dann einfach auch gerne die ganzen Befunde ab. Also da heißt es noch abwarten, wobei es ja auch an den Fall Skripal erinnert. Da war es ein Nervengift. Hilft ein Nervengift, beziehungsweise hilft Naturkunde, um jetzt wieder zu Ihrem Thema zu kommen, hilft moderne Naturheilkunde bei Vergiftungen? Nein. Das ist ein schönes Beispiel, wo man sagen kann, das ist natürlich die Grenze der Naturheilkunde. Wann immer wir es, ich würde es mal so verallgemeinern, mit sehr akuten Erkrankungen haben, eine Vergiftung ist ein Paradebeispiel für eine akute Erkrankung, dann ist die Naturheilkunde nicht mehr richtig am Platze. Die Domäne der Naturheilkunde sind die chronischen Erkrankungen. Und da sagen Sie, moderne Naturheilkunde ist durch ihre Verwurzelung in der weltweiten traditionellen Medizin die angemessene globale Medizin. Was müssen wir uns also unter moderner Naturheilkunde konkret vorstellen? Ich würde mal versuchen, das auf einen Punkt zurückzuführen. Und die moderne Naturheilkunde versucht, uns zu motivieren und therapeutisch einzusetzen, dass wir so leben, dass wir so einen Lebensstil führen, dass er mit unserem biologischen Programm, mit unserer DNA übereinstimmt. Weil viele, viele Erkrankungen, also fast die meisten chronischen Erkrankungen, entstehen einfach durch unsere Kultur und Industrialisierung, dass wir nicht mehr so leben, wie es gesund ist. Sie haben jetzt ein wichtiges Wort gesagt, nämlich uns zu motivieren. Also im Grunde alles eine Frage der Motivation unserer Gesundheit? Ja, im Prinzip schon, weil die Naturheilkunde ist eine Medizin, wo eben nicht nur Rezepte gereicht werden und es werden auch keine Operationen gemacht, sondern wir sind auf die aktive Mitarbeit jedes Einzelnen angewiesen. Wir können nur sagen, das wäre gut, das ist gut und motivieren und auch immer wieder zu unterstützen und vielleicht auch über die Erfahrung klarzumachen, dass das nicht Askese oder irgendwas Qualvolles bedeutet, sondern dass Naturheilkunde letztlich auch mehr Lebensqualität gibt. Und Sie können aufgrund Ihrer Erfahrung sicherlich auch sagen, wie hoch da eine Erfolgsquote ist bei Ihnen. Wie kommt die Motivation an beim Patienten? Also wir haben eine sehr gute Erfolgsquote. Nun setzen wir natürlich auch alles ein und kombinieren das, um eine Selbsterfahrung, eine gute Selbsterfahrung bei der Patientin zu generieren. Und da erreichen wir schon sehr viel. Aber da muss man dann auch viele Dinge eben mit integrieren. So ein Heilfasten zum Beispiel oder Kälte-Wärmetherapien, Waldmedizin, wo dann der Betroffene, die Patientin sagt, Mensch, das hätte ich nicht gedacht, dass sich das so toll anfühlt. Der Schlüssel für ein längeres Leben ist für Sie die Kombination aus gesundem Essen und regelmäßigem Fasten. Wie sind Sie zu der Erkenntnis gekommen? Über die Forschung und über die Lektüre der ganzen Wissenschaft, wobei ich natürlich schon auch sagen muss, Bewegung, Stressreduktion spielt auch noch eine Rolle. Aber tatsächlich Ernährung und nicht nur die Frage, was wir essen, sondern wann wir essen, also wo man beim Intervallfasten ist, ist schon ganz entscheidend für den gesamten Stoffwechsel unseres Körpers. Und könnte man nicht sagen, allein gesunde Ernährung ist auch schon ein Schlüssel für ein längeres Leben? Reicht das nicht? Ein entschiedenes Jein. Also natürlich ist es sehr, sehr wichtig, sich gesund zu ernähren. Man sollte zum Beispiel jetzt auch nicht sagen, ich mache Intervallfasten und dann esse ich nur noch Pommes und Currywurst. Das wäre keine gute Wette, die man da eingeht. Aber die Kombination ist schon noch wertvoller, ist noch wirksamer. Und interessant, wenn man sich die Bevölkerung auf der Welt anschaut, die besonders gesund sind auf Inseln wie Okinawa oder in südamerikanischen Regionen, die haben doch alle die Angewohnheit, nicht dauernd zu essen und zu snacken wie wir, sondern eine Art Intervallfasten aus ihrer Tradition heraus zu praktizieren. Vorhersagen sind schwierig, ganz besonders die über die Zukunft. Das hat die Baseball-Legende Lawrence Barra gesagt. Und Sie forschen seit vielen Jahren daran, die Biotechnologie ist auf der Suche nach einem Supermolekül, auf der Suche nach dem Jungbrunnen. Was halten Sie von dieser Suche? Die Suche, die ist höchst frustrant. Weil der Körper ist einfach ein Wunderwerk. Wir haben wirklich Billionen, allein schon Darmbakterien, Signalmoleküle. Wir haben Hunderttausende von Vorgängen, die zeitgleich jede Millisekunde passieren. Und die Vorstellung, jetzt mit einem Medikament, mit einem Molekül das alles irgendwie zu erledigen, die ist fast naiv. Und deswegen bin ich auch zutiefst überzeugt, dass es uns nur gelingt, wenn wir mit der Biologie denken. Und dann sind wir eben beim Schlafen, beim Fasten, beim Essen, beim Meditieren, bei dem, was die gesamte Biologie bedeutet. Wobei es da sicherlich einige Forscher gibt, die Ihnen widersprechen mögen. Es gibt gerade in der ARD-Mediathek auch eine ganz spannende Dokumentation über den ursprünglich deutschen Forscher Stephen Horvath. Und der macht gerade auch Versuche. Und es gibt schon erste Tests, wonach man im Grunde den Alterungsprozess verlangsamen kann. Halten Sie das für realistisch? Das halte ich nicht für realistisch. Da wird eine Enttäuschung kommen. Ich beobachte das auch. Wir haben natürlich das auch selber immer im Blickwinkel. Es gibt immer mal wieder Medikamente, die auftauchen. Metformin, Rapamycin. Vielleicht erinnert sich einer oder andere noch an Resveratrol, dieser Wirkstoff aus der Weintraube, wo man dachte, ja, der verlängert auch tatsächlich das Leben. Wo siehst du, der Rotwein in Maßen ist gesund und verlängert. Aber da muss man eine Dosis zu sich zunehmen von mindestens zwei Flaschen Rotwein am Tag, was natürlich dann das Ziel wieder konterkariert. Ich glaube nicht an den einen Wirkstoff, aber diese Wirkstoffforschung ist sehr spannend. Sie beschreiben aber, was gesunde 100-Jährige auffällig häufig in ihrem Blut haben. Um was handelt es sich da? Genau, das ist Spermidin. Das ist tatsächlich, also gut, das ist auch noch erwähnt, von diesen vielen Substanzen, über die man spricht, ist Spermidin sicherlich derzeit die vielversprechendste. Das ist auch jetzt gar nicht so schwierig in der Ernährung zu finden. In Weizenkeimen ist zum Beispiel viel Spermidin oder in Pilzen oder in Äpfeln oder in Beeren. Also Dinge, die übrigens sowieso auch irgendwie gesund sind. Und das scheint tatsächlich einen Teil der Fastenwirkung zu imitieren. Man spricht dann also tatsächlich von Fasten-Mimetika. Aber auch da muss man natürlich am Ende dann mal gucken, in zwei, drei Jahren, wenn die Studien raus sind, ja, wie wirksam ist es denn wirklich? Hand aufs Herz, wann haben Sie zuletzt gefastet? Ich habe, oh, jetzt muss ich überlegen, vor circa acht Wochen zum letzten Mal fünf Tage heil gefastet. Ist das so ein Rhythmus, so alle acht Wochen? Wären Sie jetzt wieder fällig? Ich wäre jetzt wieder fällig, aber weil ich wie heute auf Reisen bin und auch noch nächste Woche warte ich noch so zwei, drei Wochen. Und dann, also mir tut das gut, wenn ich das so alle drei, vier Monate letztlich mache. Und Intervall, Sie sagen jetzt heil gefastet, aber Sie bezeichnen das Intervallfasten als geniale Neuentdeckung. Was ist daran so neu und was ist so genial? Also es ist an sich gar nicht neu, aber wir haben es neu entdeckt. Früher hieß es ja auch, bei der Großmutter gegessen wird am Tisch und man hat um 18 Uhr Abendbrot gegessen und dann gab es danach auch nichts mehr und nicht mehr irgendwie Schokokekse oder irgendwas. Das heißt, dieses Intervall, das war früher ein natürlicher Lauf der Dinge. Wir haben das jetzt wieder entdeckt und es ist halt schon so, dass das Geniale an dem Intervallfasten ist, dass es uns eben so wenig Mühe kostet. Klar muss man sich am Anfang dran gewöhnen, aber es ist eben gar nicht so eine immense Anstrengung, das durchzuziehen. Und man hat aber letztlich auf das Jahr gerechnet oder auf die Summe gerechnet, dann fast die gleichen Wirkungen wie beim Heilfasten. Jetzt sagen Sie, das ist gar nicht so schwierig. Sie empfehlen ja auch, wenn man nach dem Arbeitsdach nach Hause kommt, und sich erst mal 20 Minuten hinzusetzen und nicht zu essen. Ihr habt das gestern ausprobiert. Mir ist das nicht gelungen. Ich hatte Hunger. Ich habe sofort was gefuttert. Ja, also ein bisschen ist es natürlich so, wir sind Gewohnheitstiere oder Gewohnheitsmenschen. Das heißt, bei allem muss man, es fällt uns immer schwer, eine Gewohnheit zu durchbrechen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe vor vielen Jahren auch gerne geraucht und das Aufhören war wirklich schwierig. Drei Monate später dachte ich, wie konnte ich jemals so bescheuert gewesen sein, zu rauchen. Und bei den Essensangewohnheiten ist es genauso. Sowohl etwas zu essen, den Inhalt zu ändern, als auch die Uhrzeiten. Am Anfang fällt es schwer. Ich empfehle dann immer, zwei, drei, vier Wochen Augen zu und durch und dann Bilanz ziehen, ob es denn wirklich nicht geht und vor allem, ob es sich nicht toll anfühlt. Wobei ja viele Menschen auch argumentieren, naja, wenn ich eine Mahlzeit nicht zu mir nehme, dann fühle ich mich erst mal geschwächt. Das kann doch nicht gut sein. Wie motivieren Sie die? Ja, indem ich klar mache, dass das biologische Programm, also nochmal quasi auf unsere Urprogrammierung zurückzuführen, die liebt das eigentlich, wenn wir lange Pausen machen. Aber die ganzen Mechanismen, die uns das ermöglichen, die sind im Schlaf. Das heißt, wenn wir natürlich die ganze Zeit knabbern und Kekse machen, dann stellt der Körper auch keine eigene Energie zur Verfügung, weil es kommt ja dauernd was von oben. Das ist so ähnlich, wie wenn sich jemand beklagt, dass er keine Muskeln hat und deswegen nicht Sport macht. Man muss erst mal Sport machen und am Anfang hat man Muskelkater und das ist unangenehm, aber nach vier Wochen hat man Muskeln. Wo Sie den Schlaf gerade ansprechen, also im Schlaf, da isst man ja auch nichts, nimmt nichts zu sich, das reicht nicht. Doch, das ist ganz interessant. In der Tradition der Natur, Herr Kunde, nennt man das Intervallfasten auch das verlängerte Nachtfasten. Also da haben wir ja schon mal sieben bis acht Stunden und der Punkt ist, man kann es eigentlich so auf den Nenner bringen, man sollte, da sind sich eigentlich alle Forscher einig, drei Stunden vor dem Schlafen gehen und eine Stunde nach dem Aufstehen noch nichts essen. So, dann sind wir schon bei zwölf Stunden und jetzt muss man eigentlich nur noch so zwei Stunden, drei Stunden irgendwo zusammenpicken und dann hat man es schon geschafft. Dann ist es ein richtiges, verlängertes Nachtfasten und Intervallfasten. Klingt ja gar nicht so kompliziert. Ist auch nicht kompliziert. Was merke ich dann, wenn ich das tue an meinem Körper? Also Menschen, die unter Übergewicht leiden, die werden fast alle feststellen, dass sie Gewicht abnehmen. Jetzt nicht ganz dramatisch, aber wirklich kontinuierlich und darauf kommt es ja gerade an. Menschen, die unter Zuckerkrankheit leiden, da verbessern sich die Zuckerwerte. Erhöhter Blutdruck kann sich normalisieren und viele vor allem merken, dass der Schlaf besser wird, dass die, also was sie gerade gesagt haben, wo man im ersten Moment denkt, oh nee, das fühlt sich jetzt überhaupt nicht gut an. Nach zwei, drei Wochen merkt man, oh, ich habe mehr Energie, ich habe mehr Ausdauer. Die SW1-Hörerinnen und Hörer diskutieren mit, mit Professor Andreas Michalsen zum Thema Naturheilkunde und wir sprechen gerade über das Teilzeitfasten und aus Hauenstein fragt, Marianne Schieler, wie sehen Sie die Autophagie beim Teilzeitfasten und wann setzt sie ein? Also sie meint damit so eine innere Reinigung. Genau, ganz spannendes Thema, weil früher hat man immer gesagt, Fasten entgiftet und entschlackt, aber zu Recht haben Kritiker gesagt, da sieht man aber keine Schlacken und ich habe die auch nie gesehen bei einer Darmspiegelung. Aber jetzt hat die Medizin Fortschritte gemacht und wir sehen quasi unter dem Elektronenmikroskop in der Molekularmedizin, dass tatsächlich eine Art Zellreinigung beim Fasten angekurbelt wird. Also im Fastenzustand beginnt die Zelle aufzuräumen, da sind ja immer über die Lebensjahre alte Proteine oder nicht mehr so gut funktionierende Zellorgane, die werden dann mit einer Membran umstülpt und rausgeschleust und abgebaut. Und das ist schon ziemlich spannend, dass das genau beim Fasten passiert. Also es klingt so, als würden alte Ablagerungen durchgeschleust. Genau, es klingt eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein, aber es ist tatsächlich so. Also sind sich alle Wissenschaftler einig, dass das beim Fasten passiert. Noch nicht ganz klar ist, wie lang man eigentlich fasten muss, damit diese Autophagie richtig losgeht. Sind das jetzt zwölf Stunden, sind das jetzt 14 oder 16? Da ist noch Streit im Hintergrund. Eine Frage von Diana Neuhaus aus Stuttgart und sie sagt, also sie macht das quasi versehentlich, dieses Intervallfasten seit Jahren, weil sie erst immer mittags Hunger bekommt und nach dem Abendessen zwischen 18 und 19 Uhr auch nichts mehr isst. Abgenommen habe sie dadurch aber leider nicht. Gibt es da Ideen und Ansätze, fragt sie? Also ich würde es erstmal umgekehrt formulieren. Wahrscheinlich hätte sie zugenommen, wenn sie es anders machen würde. Kann ich jetzt natürlich nicht belegen, aber beim Intervall nehmen fast alle Menschen Gewicht ab. Und das, was sie beschreibt, ist auch sehr häufig, es fällt den meisten Menschen leichter, aufs Frühstück zu verzichten. Es wäre zwar an sich günstiger, das muss man medizinisch auch sagen, wir würden das Abendessen weglassen. Aber den meisten Menschen fällt es leichter, Frühstück wegzulassen und das Abendessen ist natürlich auch ein sozialer Faktor. Aber es hieß doch früher immer, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Gilt das heute also nicht mehr? Jein, also das ist eine Reihenfolge. Also Intervallfasten ist besser als kein Intervallfasten. Und wenn ich das jetzt nur hinkriege, indem ich das Frühstück weglasse, dann würde ich das auch empfehlen. Noch besser wäre es aber, das Intervallfasten so zu praktizieren, dass man sehr gut frühstückt und das letzte Essen, das Abendessen dann schon um 17, 18 Uhr einnimmt. Und dann kommt eine Nachfrage aus Mannheim von Karin Stephan. Sie fragt, ich habe von einem Ernährungsberater gehört, dass Intervallfasten nicht in jedem Fall gut ist. Zum Beispiel, wenn man erhöhte Cholesterinwerte hat, würde man mit nur zwei Mahlzeiten innerhalb von acht Stunden die Leber sehr belasten. Stimmt das denn, fragt sie? Nein, das stimmt nicht. Also wir haben hochrangige Forschungen, auch im Deutschen Institut für Ernährung in Potsdam, Helmholtz-Institut, dass gerade alle Fasten, Formallfasten wie Intervallfasten, sehr gesund für die Leber sind. Dass sich eine Fettleber zurückbaut, also die Lebergesundheit wird gestärkt durch das Fasten. Cholesterinwerte können beim Fasten mal am Anfang schwanken. Das ist ganz normal. Aber à la longue, also wenn man jetzt mehrere Monate das betrachtet, können die sich nicht verschlechtern durch das Fasten. Bei Ihnen am Krankenhaus gibt es Reisdiäten. Was hat es damit auf sich? Ja, Reisdiät ist auch eine ganz traditionelle Geschichte. Da gab es einen berühmten Nieren- und Herzarzt, Walter Kempner. Der hatte festgestellt, dass man mit einer Reisdiät fantastisch erhöhten Bluthochdruck senken kann. Und in der Natur erkunde ist dann so eine Empfehlung, wer erhöhten Blutdruck hat, einmal in der Woche einen Reistag zu praktizieren. In Ihrem Buch mit Ernährung heilen haben Sie auch eine ganz besonders interessante Zahl. Sie sagen da, 70 Prozent aller chronischen Erkrankungen haben ihre Ursache mit in falscher Ernährung. Das sind ja dramatische Zahlen. Ich war sehr überrascht. Ja, das sind wirklich ganz erstaunliche Zahlen. Aber das ist tatsächlich der Fall. Da braucht man auch nur jeder, der bei einer Hausarztpraxis mal ist und sich eigentlich mal überlegt, wer sitzt denn da? Menschen mit Bluthochdruck, mit Diabetes, Typ 2, mit Arthrose, mit Rheuma. Das sind alles Erkrankungen, die werden mit durch Ernährung bedingt. Und dann schauen wir mal drauf, was die SW1-Hörerinnen und Hörer an Nachfragen haben. Zum Beispiel aus Lörrach fragt uns Ingrid Dora. Ah, jetzt ist sie weggerutscht. Moment. Es kommt nämlich so viel gerade rein, dass man das gar nicht strukturieren kann. Also Frau Dora, haben Sie Verständnis? Jetzt müssen wir erst eine andere Frage vorziehen, die uns hier auf dem Bildschirm erscheint, nämlich aus Asberg. Thomas Glaser möchte wissen, darf ich in der Fastenzeit, also nach dem Abendessen, noch Wasser trinken? Nur noch Wasser trinken? Wie sieht das da aus? Ja, das ist eine ganz oft gestellte und auch wichtige Frage, wenn man Intervall fastet, zu sagen, ja, was geht denn da noch? Und Wasser geht natürlich immer und ungesüßter Tee geht natürlich auch immer. Und dann wird es aber auch schon ein bisschen, muss man schon sehr ins Detail gucken. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich mache Intervallfasten und ich trinke aber morgens ein Latte Macchiato oder einen schönen Cappuccino mit ganz viel Milch, dann unterbricht man natürlich das Fasten. Ein kleiner Klecks Milch, am besten eine pflanzliche Milch. Da würde man die Augen zudrücken. Aber man muss schon gucken, also wenn man natürlich jetzt ein großes Glas Fruchtsaft oder eben Sonnen oder auch abends ein Bier, dann isst man raus aus dem Winterweil. Da fragt man nämlich, Bier oder Wein geht also nicht. Das geht leider nicht. Und das ist auch, sehe ich, ist mir auch klar, dass das nicht ganz einfach ist. Wie gesagt, eine Mini-Kalorie oder wenn man jetzt mal drei Trauben isst, da wird nichts unterbrochen. Aber man muss da ehrlich zu sich sein. Also schon streng beachten. Frau Dora habe ich wiedergefunden und zwar, sie fragt bei Osteoporose, wie sieht es da aus? Schadet vegane und glutenfreie Ernährung bei gleichzeitigem Eisenmangel? Oh, das sind natürlich drei große Themen. Das eine ist, vegane Ernährung, also pflanzliche Ernährung, ist für sich betrachtet eine sehr, sehr gesunde Ernährung. Das wird oft falsch interpretiert. Man muss sie natürlich vollwertig gestalten mit viel Gemüse und jetzt nicht nur den ganzen Tag weiße Nudeln und Tomatensauce essen. Und gerade auch bei Osteoporose hat man ja gelernt, dass, früher hat man noch empfohlen Milch, Frauen sollen Milch trinken, weil es die Osteoporose verhindert. Das hat sich als Legende herausgestellt und eine pflanzliche Ernährung ist an sich sehr, sehr gut gegen Osteoporose als für die Vorbeugung. Wenn man Eisenmangel hat, ist es allerdings mit der veganen Ernährung ein bisschen, also da muss man sich dann ein bisschen Mühe geben, weil natürlich ist das Eisen in Fleisch und in Fleischprodukten leichter aufnahmefähig für den Körper. Es gibt aber sehr gute pflanzliche Quellen, aber da bräuchte man dann eine Ernährungsberatung, würde ich also eine Ernährungsberatung empfehlen und vor allem auch sehr viel Vollkornprodukte setzen und dann nach einer Ernährungsberatung die Ernährung umstellen und den Spiegel wieder kontrollieren lassen. Aber es gibt ja auch speziell noch Eisenpräparate, die dann zusätzlich zu nehmen, wäre das eine Möglichkeit? Genau, das ist immer auch die Empfehlung für diese ganzen Nahrungsergänzungen oder Minerale, wenn man einen weiter nachgewiesenen Mangel hat, obwohl man sich Mühe gegeben hat, dann ist es natürlich Zeit, dann sowas per Tablette auszugleichen. Sie haben in Kardiologie promoviert und beschreiben ein ganz interessantes Phänomen von geringen Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den Mormonen in Ihrem Buch mit Ernährung heilen. Vielleicht können Sie diese Geschichte mal kurz zusammenfassen. Ja, das ist auch einer der spannenden Hinweise zum Fasten. Also wenn man die Bevölkerung auf der Welt studiert und betrachtet, wo gibt es denn besonders wenig Herzerkrankungen oder wenig Erkrankungen, die Herzerkrankungen verursachen, Diabetes, Blutdruckdruck, dann ist das auch bei den Mormonen. Und die haben Fastentage in ihren religiösen Vorschriften und konnten das dann auch ganz klar zuordnen, je mehr Fastentage einige Bevölkerungsteile hatten, desto weniger Herzkrankheit. Und es ist natürlich interessant, weil das Aufwachsen spielt so eine große Rolle. Sie haben das selbst erlebt in Ihrer Familie bei Ihrem Vater. Der hat nämlich regelmäßig gefastet und hatte die Weizenkeime immer da stehen. Was haben Sie sich denn da gesagt? Ja, also genau, der hatte die Weizenkeime stehen, wo man übrigens noch nichts von Spermidin in Weizenkeimen wusste. Ja, ich fand das erstmal nicht wohlschmeckend. Also ich habe mich dem nicht angeschlossen. Aber ich habe es natürlich einfach auch als Positives wahrgenommen, dass er sich da kümmert. Und er hatte ja auch so Sachen gemacht wie eiskalte Bäder im November noch. Also das klassische Kneipen. Ja, genau. Das habe ich einfach immer mitbekommen. Und Ihnen ist das Fasten aber in der Facharztausbildung erstmal die ersten zwei Jahre überhaupt nicht begegnet. Wann kam das Thema dann wieder auf? Naja, das ist eigentlich ein Grundproblem, was Sie ansprechen. Also ich halte selber auch mit meinem Team jetzt viele Vorlesungen zur Ernährung. Aber das Thema wird ja sehr stiefmütterlich in der Medizinerausbildung behandelt. Es taucht eigentlich immer noch, ich würde sagen, fast gar nicht auf. Und auch in der Facharztausbildung ist das sicherlich keine Prüfungsfrage, wie man was mit Ernährung behandelt. Das ist also immer noch viel zu wenig. Und das sollte sich wirklich ändern. Und da arbeiten wir selber einfach dran. Woran liegt das? Ja gut, es ist ein Problem der hausärztlichen Praxis, ist, dass Ärztinnen und Ärzte haben einfach zu wenig Zeit. Und das Gespräch mit dem Patienten wird auch nicht anständig bezahlt. Und das führt natürlich dann dazu, dass man das eben natürlicherweise macht, was schnell geht. Ein Rezept ausschreiben oder nochmal eine Ultraschalluntersuchung. Und eine Ernährungsberatung kann man einfach nicht in 20 Sekunden machen. Da muss man erst mal fragen, wo steht der Patient? Und das dauert einfach. Aber wenn es doch erwesenermaßen den größten Effekt auf unsere Gesundheit hat, dann ist das doch nicht nachvollziehbar. Nein, das ist auch nicht nachvollziehbar. Und das macht mich natürlich manchmal auch ärgerlich, das muss ich ganz klar sagen. Genauso wie es mich ärgerlich macht, dass den meisten Krankenhäusern das Essen schlecht ist. Die Krankenhäuser sind ja die Leuchttürme, die Institutionen. Und wenn Menschen mit Krankheiten da sind, die ernährungsbedingt sind, dann muss da das Essen hervorragend sein. Also da gibt es, aber ich will nicht jammern, da gibt es einfach noch viel zu tun. Wie ist das Essen denn bei Ihnen, was sagen die Patienten? Sie müssen ja jetzt sagen, es ist gut. Es ist gut, aber es ist auch noch nicht ausreichend gut. Da bin ich auch selbstkritisch, weil wir natürlich auch unter Kostendruck stehen. Aber das sind so Gesamtstränge, die man natürlich auch unter ökonomischen Bedingungen betrachten muss, wo es einfach Zeit wird, dass wir uns auf den richtigen Weg machen. Nachfragen von den SW1-Hörerinnen und Hörern an Professor Andreas Michalsen aus Neuenstein zum Beispiel. Angela Bartel hatte das Thema aufgemacht. Wie sieht es mit dem Vitamin-D-Mangel aus? Es heißt so oft, fast alle Menschen hätten Vitamin-D-Mangel. Stimmt das? Oh, das ist eine ganz spannende Frage. Letzten Jahre dachten wir das auch von der ärztlichen Seite. Aber es gab jetzt doch so ein bisschen böses Erwachen. Gerade in den letzten Monaten sind sehr, sehr viele hochrangige Studien publiziert worden, wo man dann immer geschaut hat, was passiert denn, wenn man dann Vitamin-D gibt, wird dann alles besser. Depression oder Asthma oder die Herzgesundheit. Diese Studien haben durchweg ein negatives, also ein schlechtes Ergebnis für Vitamin-D gezeigt, sodass es nicht so einfach zu sein scheint. Es ist immer noch gut, in die Sonne zu gehen, ohne dass man sich einen Sonnenbrand holt. Aber es ist jetzt nicht so, dass es wohl ausreicht, den ganzen Tag in der dunklen Stube zu sitzen und dann Vitamin-D einzunehmen. Wobei, da heißt es ja, dass man sich eben nicht mit Sonnencreme einschmieren soll, weil sonst habe die Sonnenstrahlung nicht den Effekt. Und es würde nur zwischen 10 und 15 Uhr funktionieren, um das Vitamin-D tatsächlich aufzunehmen, weil dann die Einstellung der Sonne passend wäre. Gar nicht so einfach. Absolut richtig, genau. Das ist fast schon kompliziert. Und man darf natürlich auch nicht zu lange in der Sonne sein. Man möchte ja keine Hautalterung oder eben Hautkrebs verursachen. Aber so eine kleine Dosis, quasi 10, 15 Minuten gelegentlich in der Woche zwischen April und Oktober, das ist quasi die naturheilkundliche Form der Vitamin-D-Bildung, also um die Speicher hochzufahren. Und bei dem anderen muss man halt auch sagen, die Normalwerte, das ist auch immer eine Diskussion. Also wann beginnt denn eigentlich ein Vitamin-D-Mangel? Und ich denke, da werden wir jetzt die nächsten Monate in der Medizin noch viel Diskussionen sehen. Und dann wahrscheinlich in ein, zwei Jahren genau wissen, was wir da empfehlen. Wobei es da ja fast, ich sah neulich einen Vortrag im Internet von jemandem, der war fast ein Guru und hat das Vitamin-D so vertreten und sagte, ja natürlich haben wir alle einen Mangel. Und erstmal leuchtet es ein, weil wir ja zum Stubenhocker auch geworden sind, viele durch Job bedingt. Ja, ja. Das ist am Grundprinzip, da würde ich auch gar nicht zweifeln wollen. Also wir sind zu wenig in der Sonne, wir sind zu wenig in der Natur und bilden dadurch zu wenig auf natürliche Art und Weise Vitamin D. Aber diese Geschichte, dass man es nicht durch eine Pille ersetzen kann, das ist uns schon oft in der Medizin passiert, auch bei der ganzen Vitamindiskussion. Es ist sehr, sehr gesund, über Obst und Gemüse Vitamine zu sich zu nehmen, wenn man glaubt, man isst den ganzen Tag Pommes und nimmt dann eine Vitamintablette ein. Das funktioniert nicht. Das mussten wir leider schmerzhaft in der Wissenschaft so erfahren. Und können Sie das generell und pauschal sagen über all diese Ersatzpräparate, die ja auch häufig in der Kritik stehen. Ja, die werden viel zu viel empfohlen oder viel zu viel angepriesen oder verkauft. Also wenn man einen nachgewiesenen Mangel hat, bei Vitamin D, wie gesagt, ist noch die Diskussion, ab wann beginnt es, aber wenn ein nachgewiesenen Mangel hat, Eisen oder auch von Vitamin, dann soll man es eben ausgleichen. Aber es wird viel zu viel eingenommen. Das Beste ist einfach, das über die Ernährung alles zu regeln. Also wir bleiben da dran an dem Thema Vitamin D, wenn es da viele spannende Studien noch gibt. Wir wollten auch darüber sprechen, wie sieht es zum Beispiel beim Thema Rheuma aus? Was kann man da ernährungstechnisch tun? Ja, bei Rheuma hat das Fasten, das Heilfasten eine wunderbare Wirkung. Und ich muss nochmal die pflanzliche, die vegane Ernährung hier erwähnen. Natürlich, ich habe es vorher auch schon mal gesagt, man kann sich auch ungesund vegan ernähren. Gar kein Thema. Aber wenn man das umsichtig macht, dann sinken die Entzündungsstoffe, die Konzentrationen von Entzündungsstoffen im Körper. Damit kriegt man das Rheuma nicht weg. Aber man kann eine sehr, sehr gute Verbesserung damit erreichen. Da kommen auch Nachfragen von Hörerinnen. Was kann man bei Arthrose tun? Ja, Arthrose ist nochmal, hat nochmal eine andere Differenzierung. Das Wichtigste ist natürlich auf Normalgewicht zu achten. Das sagt sich immer leichter, als das natürlich ist. Aber Übergewicht belastet einfach alle Gelenke. Dann kann man sicherlich auch damit Fasten, ein bisschen Schmerzlinderung erreichen. Hier ist aber vor allem auch wichtig Bewegung. In Bewegung bleiben. Wenn das Gelenk schmerzt, erst mal Physiotherapie, Krankengymnastik machen. Also versuchen einfach die Entwicklung umzukehren. Manchmal ist aber auch die Genetik dran schuld und dann kann man sich auch auf den Kopf stellen und kriegt das nicht weg. Professor Andreas Michalsen ist zu Gast. Sie machen einen sehr tiefen, entspannten Eindruck, so über die vergangenen zwei Stunden, die ich Sie jetzt wahrnehmen konnte. Liegt das bei Ihnen auch an der Ernährung? Das liegt, glaube ich, mehr an der Meditation und Yoga, was ich auch gerne praktiziere. Das kommt dann noch hinzu. Und Sie sind Gitarrist, haben Sie eben verraten. Wann geht es wieder an die Gitarre? Ja, also die Band muss wieder mehr proben. Also wir hatten jetzt eine Sommerpause, aber nächste Woche oder übernächste Woche werden wir wieder starten. Wir haben noch einige spannende Themen, die auch reingekommen sind von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Also Stress ist ja ein großes Thema und Reizdarm ist damit wohl verbunden und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass bis zu 20 Prozent der Bevölkerung an Reizdarmsyndrom leiden. Der Darm hat ja unglaublich viel mit Ernährung zu tun. Sie empfehlen da besonders die asiatische Küche. Warum die? Weil die schonend ist und gleichzeitig vollwertig, also gemüsereich. Also beim Reizdarm ist es ja schon so, dass man viele Dinge nicht verträgt. Und es ist immer die schlechteste aller Lösungen, das dann alles immer wegzulassen. Und da sind die Asiaten ein bisschen im Vorteil. Man kann auch blähende Speisen veredeln, indem man Gewürze dazu gibt. Bei uns ist nur noch der Kümmel beim Sauerkraut übrig geblieben. Und das Ayurvedische als Beispiel hat also eine sehr vollwertige, aber sehr gut verträgliche Küche. Wenn man das dann mit Stressreduktion, was auch wichtig ist beim Reizdarm, kombiniert, dann kommt man doch sehr weit. Diabetiker Typ 2, für die haben Sie auch jetzt eine wichtige Nachricht. Aber den müssten Sie, glaube ich, den Essig, den ja viele gar nicht so mögen, schmackhaft verkaufen. Wie machen Sie das? Ich sage ja Essig, was Köstliches, auch Balsamico-Essig. Und es ist tatsächlich so, dass Studien zu Apfelessig, zu Balsamico-Essig zeigen, dass das den Zuckeranstieg beim Essen bei Menschen, die unter Diabetes leiden, absenkt. Und insofern ist also Essig neben Hafer, ich muss nochmal ein Plädoyer für die Haferflocken hier machen, ist das das Wichtigste oder eine der besten Sachen für die Ernährung von Diabetiker. Wo Sie die Haferflocken gerade ansprechen, da verkaufen Sie, das klingt nicht appetitlich, aber Sie verkaufen auch den Schleim als ganz besonders gut. Also was hat es mit Hafer-Schleim auf sich und gerade auch in Bezug aufs Fasten? Ja, Hafer-Schleim, auch Leinsam-Schleim ist ein sehr guter Schutz für den Magen und auch für den Zwölffingerdarm. Und das heißt, wenn man Reizungen da hat oder beim Fasten kann auch ein bisschen Sodbrennen entstehen, dann glättet das sehr schön die Schleimhaut. Und das ist eigentlich einfach auch ein traditionelles Heilmittel bei Magenproblemen. Leben mit der Pandemie, an das wir uns gewöhnen müssen und das Immunsystem wird ja dabei immer wieder erwähnt. Was können Sie uns abschließend vielleicht dahingehend noch mitgeben? Es sind eigentlich zwei Sachen, die ich mitgeben möchte. Also ich finde es ganz wichtig, dass man sich nicht ganz ohnmächtig fühlt. Und ich finde, es wird ein bisschen zu wenig über die Möglichkeiten gesprochen, das Immunsystem zu fördern. Das Beste ist auch Stressreduktion, also diese Angst, die ja auch letztlich ein bisschen überall präsent ist, der sich nicht so auszuliefern. Meditation, Yoga, Tai Chi, das habe ich schon genannt. Und dann wieder die Nahrung. Es gibt Nahrungsmittel, vor allem Gewürze, Ingwer, Kurkuma, Knoblauch, Zwiebeln, die alle das Immunsystem unterstützen. Das sind keine Wundermittel, aber sie unterstützen das. Und wobei es ja auch, weil Sie die Angst gerade ansprechen, ja auch immer eine Frage ist, ob ich mir Angst einflößen lasse oder nicht. Das ist ja auch eine Frage der Selbstbestimmung. Genau, also ich denke, es ist sehr wichtig, sich zu informieren und natürlich auch alles gut zu befolgen, was man an Eindämmungen heute weiß, was wichtig ist. Aber für sich selber einfach auch einen Modus zu finden, auf sich selber zu achten und zu schauen, dass das nicht bestimmend wird, sondern man kann dieser Angst oder dieser Sorge was entgegensetzen. Und da kann ich nur nochmal auch ein Plädoyer für Meditation hier geben und sagen, das ist eine ganz tolle Sache. Wie lange haben Sie heute schon meditiert? Heute noch nicht so lange, 20 Minuten. Aber es scheint ja offensichtlich für eine tiefen Entspannung zu reichen. Also herzlichen Dank für Ihren Besuch in SRNs Leutemoc. Hat Spaß gemacht. bzw. Untertitelung des ZDF für funk, 2017